Hyundai Motor und Kia haben eine neue Technologie vorgestellt, die bei Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten den Luftwiderstand verringert. Diese neue Active Air Skirt Technologie, AS, die den Luftstrom unter dem Fahrzeug gezielt steuert, erhöht sowohl die elektrische Reichweite als auch die Fahrstabilität von Elektroautos. Durch ausfahrbare Klappen werden Verwirbelungen im Bereich der Vorderräder effektiv verringert, was neben einem niedrigeren Luftwiderstand für weniger Windgeräusche und mehr Abtrieb sorgt. Die Klappen befinden sich zwischen dem vorderen Stoßfänger und den Vorderrädern und werden ab Geschwindigkeiten von 80 kmh, wenn der Luftwiderstand größer wird als der Rollwiderstand, automatisch aktiviert. Sinkt die Fahrgeschwindigkeit wieder unter 70 kmh, werden die Klappen des AS-Systems wieder eingefahren. Dank einer Gummierung an der Unterkante der Klappen sinkt das Risiko durch Beschädigungen während der Fahrt mit hohem Tempo. Das AAS-System funktioniert selbst bei Geschwindigkeiten jenseits der 200 kmh. Die Klappen des AAS erstrecken sich nicht über die gesamte Fahrzeugbreite, sondern decken nur den Bereich vor den Vorderrädern ab. Bei ersten Testversuchen konnte der Luftwiderstandsbeiwert um 0,008 gesenkt werden. Dieser um 2,8 % niedrigere Wert ermöglicht eine zusätzliche elektrische Reichweite von etwa 6 km. Und man geht davon aus, dass die AAS-Technologie bei SUV einen noch größeren Effekt haben wird. Die Active AirSkirt-Technologie befindet sich derzeit noch im Entwicklungsstadium. Diese Haltschrift von der Klappen des AAS-Ton einer Klappen dessen kann man sehr leicht die Stil im Auftrag des Klappen. Es ist eine Klappen der Klappen des Autos. Die Klappe des Autos.